Before the Thunder Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2 Ja, mit dem klassischen MAN-Gelenkbus, den es damals in OMSI 2 als ersten offiziellen Gelenkbus gab. Oh, Wannerszeiten! Ähm, ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir spielen die Linie 7 auf Listteil Version 2. Wir sind ja bald irgendwie mit allem durch und danach kommt was ganz Besonderes, wenn es bis da draußen ist. Ah, ich freu mich schon. Ähm, ja, das wird super. So, jetzt mach ich erstmal mein Mikro wieder was leiser. Warum auch immer das so laut ist momentan, ich weiß es nicht. Sehr gut. Ähm, ja, wir gucken mal, dass wir jetzt den Karin hier ans Laufen kriegen. So, bis jetzt läuft noch die, äh, Minimap. Mal gucken, wie lang die noch funktioniert. Äh, wir sind in Trustin-Mitte. Äh, ups, falscher Knopf. Dieser Knopf, bitte. Ah, ah. Wie gesagt, ich wollte eigentlich mit einem Mod fahren, aber, äh, irgendwie hat der nicht funktioniert. Und, äh, da hab ich mir gedacht, gut, dann fährst du nochmal mit dem. Äh, bist du auch schon lange nicht mehr, ne? Und deswegen 00700. Äh, und kann man ja auch mal machen. Ist ja nicht so, ne? So, wir fahren in Richtung Hauptbahnhof. Sehr gut. Funktioniert. Licht funktioniert. Okay, ähm, die Haltestelle ist da hinten um die Ecke, glaube ich. Was ist denn das hier? Ah, cool. Sehr gut. Braucht man. Okay. Das funktioniert. Ähm, ja, wir müssen jetzt da rum. Wir haben noch 30 Minuten Zeit. Die wollte ich noch gerade vorschalten. Warum ist denn das NumPad aus? So. Sehr gut. Und, da sind wir ja auch schon. So. Upsala. Gut, ich hab sogar den... Den Eurozahltisch drinne. Hallo. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ein Fahrschein, bitte. Ja. Ähm, ähm, äh, was willst du denn? Du willst einen normalen? Bitteschön. Ich möchte gerne Fahrgarten haben. Nee, du willst Tag, Fahrschein, normal. Hallo, ich möchte gerne Fahrgarten haben. Ja, halt die Fresse. Äh, und dann kriegst du zurück... Äh, fehlt ja nicht noch Rückgeld? Hör mal! Weißt du, du drückst eine Sekunde drauf und schon... Äh, fehlt ja nicht noch Rückgeld? Schnauze. Äh, dann noch... Äh, äh... Äh, Entschuldigung, da fehlt ja wohl noch Rückgeld. Halt die Fresse jetzt! Geht's vielleicht noch ein bisschen kleiner? Halt die Schnauze! Habe ich Scheine? Nein. Böde Kuh. Äh, es ist... So. Gut. Boah. Eigentlich... Eigentlich... Könnten wir jetzt losfahren. Sind noch ein paar Sekunden, aber ich fahre einfach schon mal. Ist mir jetzt auch egal. So, dann... Nächste Haltestelle... Reifenweg. Reifenweg. Das ist gut. Dass das alles mal ausnahmsweise funktioniert. Ich weiß gar nicht, was los ist, ey. Das bin ich gar nicht gewohnt von Omsi. So. Oh. Ungewohnt. Aber ich warte nur drauf, dass es gleich knallt und Omsi wieder abschmiert. Es ist... Ja, ich muss die Bremse noch durchtreten. Es tut mir leid. Gut, mach die Tür jetzt auf. Hallo. Tag. Hallo. Okay. Sehr, sehr gut. Jetzt hängt der Karrenmeer da hinten wieder auf einen Millimeter drauf. Guck mal in den Spiegel. Seht ihr das? Oh, zuckel, 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 zuckel. Und Alter, hat er wenig Leistung. Ich gebe schon Vollgas. Mehr geht nicht. Schnauze. Schnauze. Alle wollen sie immer schnell an ihr zielen und beschweren sich dann. Aha. So. Dreck. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wie lange ich schon aufnehme. Da ist die scheiß C-Cleaner-Werbung vor. Sagen wir mal alle C-Cleaner. Ich weiß gar nicht, warum. Es heißt C-Cleaner. Ja. So. Ah. 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 So. Jetzt muss ich mal gerade hier... Nächste Haltestelle zur Heimat 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 Frag mich nicht wie ich drauf komme Da ist gerade der Heino in mir ausgebrochen Obwohl Heino heute mal andere Sachen gesungen Die bekloppte Sau So, keiner Ich bin viel zu früh Was zum Fick Ach, das ist eine Gaststätte Ich verstehe So, ich stelle jetzt eine Minute vor Oh Gott, nein Um sie Alter, ich hätte die Minute warten sollen Echt, du wartest jetzt länger bis das geladen hat als dass du die Minute vorgestellt hättest Oder gewartet hättest Das ist Toll Das ist echt zum Kotzen wieder Ja Es kann sein, dass das Spiel nicht mehr zurückkommt Acht Minuten Geil Ich wollte eine Minute vorstellen Tja Ich glaube, das war's Kann ich in den Log gucken? Ich habe den Log sogar offen Warte mal, habe ich ihn offen? Nein, habe ich ihn nicht Aber ich kann ihn aufmachen Äh, um sie Logfile Mal wieder Ja, geil Ja Ich mache Sorry, ich musste kurze Folge Draus machen Ähm Ja, bringt nichts Meine Damen und Herren Weil, wie ich jetzt Bin ich jetzt wieder durchgestartet habe Das lohnt sich nicht für mich Dann kommt auch die Folge zu spät raus Es tut mir leid Ähm Vielen Dank fürs Zuschauen Ich muss mal gucken Dass ich meinen Omsi wieder richtig hinbekomme Das geht so nicht Bis dann Boah, das ärgert mich jetzt total Egal Vielleicht mache ich heute Für heute Abend noch eine Dann kommen heute zwei Folgen Na, wenn alles gut geht Kommen zwei Bis dann Tschüss